Hallo Gaming-Freunde, ihr wollt mit eurem Necro Lilith killen, dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Ich erkläre euch die komplette Gameplay-Mechanik, danach veröffentliche ich das Bild und dann habt ihr eine perfekte Synergie aus Bild, aus Gameplay, um Lilith dann zu legen. Denn es ist nicht nur das Bild einfach stupide nachbauen, man muss auch beim Gameplay auf paar Dinge achten und das habe ich schon immer so gemacht, seit Pre-Season, Season 1, ich habe das immer aufgeteilt, so konnte man sich genau alles in Ruhe anschauen und ihr feiert das Ganze und deswegen behalte ich dieses erfolgreiche Format auch bei. Ansonsten will ich eigentlich nicht so viel Zeit verlieren, lasst uns reinschauen. Wenn ihr mir helfen wollt, dann abonniert doch den Kanal, das hilft einem YouTuber wie mir sehr und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, die ganzen Bilds kostenlos und so weiter und so fort, die Streams, dann schließt doch eine Kanalmitgliedschaft ab, das würde mir natürlich nochmal helfen, um diesen ganzen Rattenschwanz aufrecht zu erhalten. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank für euren Support, vielen Dank für die ganzen Abonnenten, für die neuen Abonnenten und jetzt würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren, let's go! Wir starten, indem wir in die Mitte laufen. Als Trank nehmen wir den maximalen Ressourcentrank, damit wir hier maximale Ressourcen haben und damit natürlich auch die Möglichkeit haben, erstens, dass der Glückstreffer öfter progt und zweitens, dass wir erhöhten Schaden haben. Also der Trank, Erhöhung der Ressourcen um 50, den kann ich gleich auch nochmal zeigen, den würde ich hier absolut empfehlen. Und dann lauft ihr genau in die Mitte, sodass euch Lilith am besten gerade zurückschleudert. Seht ihr jetzt auch? Ich starte sofort den Knochensturm und sobald ich jetzt hier die Leiche sehe, versuche ich sofort die Leichenranke ins Spiel zu bringen. Das seht ihr, die ist schon auf CD, ja, die kommt jetzt und dann knalle ich einfach nur noch durch und sie geht quasi schon da und das ist aber der optimale Fall, wenn wir wirklich alles kritten hier an dieser Stelle. Falls das nicht der Fall sein sollte, dazu zeige ich euch gleich auch noch einen Ausschnitt. Aber ganz, ganz wichtig ist, die erste Leiche kommt, die Leichenranke wird in der Mitte gezündet und dann wird einfach nur noch drauf geholzt. Wichtig ist, dass ihr versucht stehen zu bleiben, denn ihr seht hier unten, ja, wir haben den 30er Buff. Das bedeutet, wenn wir stehen bleiben, erhöht sich unser Schaden bis maximal 30%. Deswegen dürft ihr euch an dieser Stelle nicht bewegen. Das ist ein sehr, sehr starker Move bei Nuke Builds für Lilith, diesen Aspekt mit reinzunehmen und deshalb funktioniert er auch hier so gut. So, dann geht sie trotzdem nochmal hoch, ja, hat nochmal ein bisschen Leben wieder. Jetzt kommen die Ads, die müssen wir natürlich auch versuchen zu nuken und jetzt sehen wir hier ein Problem. Ich habe hier Essenzenmangel, das heißt, jetzt müssen wir mit unserer Autotech weiter reingehen und müssen versuchen hier tatsächlich, wo die Essenzen leer sind, diese wieder aufzufüllen und optimalerweise nehme ich auch noch einen Heiltrank, weil wir machen im gesunden Zustand auch nochmal mehr Schaden. Ich hatte jetzt Glück, weil wir haben die jetzt hier zusammengezogen und das bedeutet, wir haben den Aspekt, dass wenn wir verwundbare Gegner treffen, dass wir eine Chance haben, Essenzen zu generieren. Deswegen haben wir auch die Glückstreffer-Chance maximiert und deshalb ist das so wichtig, dass man hier die Ads in der Mitte zusammenzieht und dann draufnügt und damit die Chance behält, Essenz zu regenerieren. Jetzt geht sie down und jetzt kann es durchaus möglich sein, und das passiert hier auch, dass nochmal die Wellen kommen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier tatsächlich aufpasst, ja, weil ansonsten wäre der Try leider für den Arsch, dass man hingeht und tatsächlich aufpasst. Hier könnte nochmal entweder, ja, wo sie runterstürzt und diese Fläche in der Mitte kommt und die Wellen kommen quer oder die Standardwellen, ja, da muss man dann ein bisschen wach sein. Wenn man aber Lille so aufgelegt hat, wie das einige von uns schon getan haben, dann weiß man das einfach. So, und was jetzt der nächste wichtige Move ist, ist, warum ich jetzt, hier liegen jetzt Leichen an dieser Stelle. Und normalerweise gehe ich hin und ihr seht hier diesen Debuff hier unten, äh, nicht Debuff, sorry, den Buff hier, der zeigt mir eine 4 an, hier unten der. Und es ist wichtig, dass wir den auf 4 bringen, bevor sie hochgeht. Jetzt habe ich hier optimalerweise schon 4. Normalerweise, wenn wir jetzt keine 4 hätten, dann würde ich die Leichen zünden mit der Leichenexplosion, bis hier eine 4 steht. Warum? Mit der fünften Leiche machen wir dann oder bekommen wir dann den Schadensbonus. Und deshalb ist es so wichtig, dass man hier diesen Buff vorbereitet, quasi viermal die Leichenexplosion, dreimal, zweimal, je nachdem, wie viel man hier stehen hat, auslöst, um dann bereit zu sein und um den optimalen Schadensbonus in dem Übergang mitzunehmen. So, und jetzt seht ihr das Ganze. Jetzt brauche ich das natürlich nicht. Dann nehme ich immer die vorderste Leiche. Man kann so 7 Sekunden zählen. Ähm, jetzt gehe ich hier auf Nummer sicher, zünde die fünfte Leiche, wenn man es wieder ungefähr so sieht. Ja, und dann setze ich auch die Leichenranke sofort. Das ist optimal vom Timing her. Ja, und dann bringe ich sie einfach runter. So, jetzt hatten wir hier auch wieder extremes Glück, dass wir immer voller Ressourcen waren. Und was ich hier natürlich auch versuche, ist an dieser Stelle stehen zu bleiben, dass wir hier diesen Buff aufrechterhalten. Ihr müsst in diesen beiden Übergängen euch so wenig wie möglich bewegen. Und jetzt lassen wir es laufen und dann knallen wir die einfach runter. Ich zeige euch gleich aber noch ein anderes Gameplay. Da ist es ein bisschen anders gelaufen. Nicht so perfekt wie jetzt hier. Und, ähm, das kann natürlich auch sein, da muss man halt einfach ein bisschen spielen. Ne, so, und jetzt geht ihr einfach Richtung Norden, ähm, macht Autoattacken, ähm, Autoattacks. Ich wollte mixen deswegen, ähm, Autoattacken und, ähm, hier nochmal einen Heiltrank optimalerweise, dass ihr voll seid und, äh, voller Gesundheit habt oder die volle Gesundheit habt. Und, äh, dann gehen wir jetzt hier und laufen einfach diesen Weg Norden, Osten und dann hier der, was ist das, Nordwesten. Und dann warten wir in der Mitte, sind bereit, ziehen den Knochensturm und nuken sie runter. Das Bild macht so viel Schaden, das sollte überhaupt kein Problem sein. Schauen wir uns mal kurz die zweite Aufnahme an. Aber wir lassen jetzt nochmal einmal hier den Kampf sauber durchlaufen. Ähm, ganz normal starten. Knochensturm, wichtig. Ja, versuchen uns gerade zurück, äh, pullen zu lassen, hier so. Bleiben aber dann stehen. Die erste Leiche kommt, wir ziehen die Leichenranken und knallen sie einfach runter. Jetzt haben wir wenig Ressourcen. Optimalerweise Autoattacks hier an der Stelle. Wenn sie runterkommt, auch schon ruhig Autoattacks bringen. Ja, weil dann reckt man normalerweise schon ein, zweimal. Seht ihr, jetzt bin ich hier ein kleines Risiko eingegangen, hatte aber Glück, dass dann mein Glückstreffer geprockt ist. Und jetzt gehen wir hin, warten hier, sind bereit, falls wir nochmal ausweichen müssen. Ja, falls doch nochmal die ein oder andere Welle kommt. Und dann schauen wir uns an, wie Lilith langsam, äh, aus dem Boden empor steigt. In ihrer Blutform. Zünden die fünfte Leiche, zünden die Leichenranke, perfekt getimt. Und dann, äh, knallen wir sie hier runter. Gehen in den Norden. Autoattacks, um als weiter unsere Sands wirklich vollzuhalten. Muss natürlich nicht durchpressen, ja, jetzt könnte man auch nur laufen. Warten einfach ab, bis Lilith kommt. Hier habe ich was getestet, weil ich die vampirische Macht getestet habe, äh, wo alle 20 Sekunden der, ähm, eine Kernfertigkeit auf jeden Fall überwältigt. Und die finde ich ziemlich geil, hier für den Boss. Seht ihr dann später auch im Bild. Eigentlich wieder ein sehr guter IQ-Move hier an dieser Stelle, beim Bildbau. Ja, und dann einfach weg damit. Easy. Hier noch der andere Try, beziehungsweise der andere Kill. Ähm, hier habe ich nicht ganz sauber gestanden, deswegen hat sie mich ein bisschen seitlich rausgekriegt. Und ganz wichtig ist, hier seht ihr so eine Blutblase an der Seite. Die war hier. Es ist wichtig, dass ihr darauf achtet. Die kann auch weiter hinter euch kommen, ja. Ja, und dann, wenn sie platzen sollte, seid ihr down. Deswegen achtet darauf, hier ist sie über meinen Knochensturm, ähm, kaputt gegangen. Es war jetzt hier an der Stelle natürlich gut, ja, aber da müsst ihr euch kurz umdrehen und auf jeden Fall diese Blutblase, ähm, wegknallen. Hier habe ich es gut gemacht mit der Gesundheit. Sofort wieder nachgedrückt. Und jetzt seht ihr, was ich mache. Ich gehe auf die vier, hier auf die vier wieder. Ja, auf die vier Leichen. Und, ähm, mache noch mit Autotext. Die spamme ich. Und versuche damit meine Essenz aufzufüllen. Das funktioniert auch in der Leere. Und jetzt, äh, knallen wir sie runter. Und weil wir jetzt halt nicht voller Essenz waren, ja, schaffe ich sie natürlich jetzt nicht ganz down zu bringen. Und jetzt müsst ihr halt sauber laufen. Deswegen zeige ich diesen Kill. Das kann nämlich auch sein. Ja, jetzt müsst ihr natürlich laufen. Und jetzt würde ich hier an dieser Stelle erstmal hingehen und, äh, wirklich versuchen, ähm, unsere Essenz aufzufüllen. Hier habe ich wieder die Leichen vorbereitet auf vier. Ja, Knochensturm gezogen. Und jetzt, äh, ziehe ich die fünfte Leiche mit der Tentakel. Ne, habe ich nicht gemacht. Aber ich habe die Tentakel gezogen und es hat gereicht. Äh, das habe ich gesehen. Ansonsten, ähm, hätte ich jetzt noch die fünfte Leiche nachgedrückt. Und dann hätte ich den Bonus bekommen. Und so hätten wir sie da gelegt. Also, da müsst ihr auch bereit sein. Ja, weil, wenn ihr dann zu wenig Schaden macht, dann kommt sie in der Mitte. Und dann kommen die Blutbälle und so weiter. Und dann habt ihr hier wieder ein Problem. Jo, das ist der Little Skill mit dem Bild. Das Bild release ich morgen am schönen Sonntag. Könnt ihr dann in aller Ruhe nachbauen. Äh, viel Spaß damit. Ja, ist extrem geil. Und macht auch eine Menge Spaß. Wenn ihr mich supporten wollt, lasst ein Abo. Da würde mich natürlich freuen. Wir sehen uns im Stream, Leute. Alles Gute. Bleibt gesund. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Bis dann. Euer Adrit. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020